Da soll ja alles sicher bleiben, ne? Oh, Hafen. Toll. Achso, jetzt. Wir wollen mal im Wechsel... ...mal Dix... ...Doping-Station und dann Hafen, dann wieder... ...Doping. Ich wollte gerade einmal schnieft in der Zeit. Ich bin kein Tari. Nein! Oh nö, ich hasse diese Seite. Da war das die? Ja, das ist die Scheiße. Oh Gott! Was? Konzentration, Soldat! Ja, bin ja dabei. Warte auf dich. Achso, an unseren... Scheiße! Oh ja, warte, warte. Juhu! 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 Warte auf dich, warte mal, bis die das merkt! Oh nein! Oh wie geil! Oh Scheiße, hab ich... Oh! Juhu! Ey! Das kannst du nicht mal... ...huhu! Mein Herz! Juhu! Juhu! Die Flimmer hoch! Ja, nicht nur das so! Oh, 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 oh! Juhu! Jetzt kommste noch hoch, gesprungen, ist das doof! Juhu! Und ich wiederhole es dann noch hoch. Juhu! Bist du los. Hör dich. Oder auch nicht. Oh shit! Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Scheiße! Was hab ich denn jetzt gedrückt? Lass mich in Ruhe! Warte! Was hast du gedrückt? Ach, ich hab hier mit diesem Projekt-Ziel oder was weiß ich, wie das gedöhnt so heißt. Projekt-Ziel, okay. Ah! Jetzt, weil du sagtest, wach, ne? Hast du echt gewartet? Ja, ich hab echt gewartet, weil ich dachte, du hättest dich verdrückt und wärst außerhalb des Games denn jetzt gewesen. Aber... Aber... Ich hab ja gesagt, spiel mit allen diesen Tricks, also... Ich muss das noch... Ich muss das noch hinkriegen, dass ich mich bewege beim Schießen. Aber dann treff ich nicht. Ja. Ich hab dich da... Geht's mit von hinten an? Du... 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 ...und... Du... Was? Jetzt wirst du... Scheiße. Du kannst das 101, ey. Ich bin dich eiskeil auseinander. Ja, du spielst ja auch schon länger als ich, ne? 15 Stunden. Deine Suchedrohne. Zwei? Alter, waren das zwei? Ja, es waren zwei. Boah, kein Feld von... Ja, ehrlich. Ey, du hast mich gerade angeschossen. Hä? Oh, da habe ich verzogen. Bäm. Ja, aber nur weil du getroffen hast in dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Okay. Oh, da habe ich die Ruhe ein bisschen zu sehr erweckt. Schöner Kill. Hä? Sie haben ihn in der Runde, glaube ich, jetzt fliegt nochmal. Hey, töte meine Drohnen nicht! Nein, warum nicht? Weil die dich töten sollen! Granate mehr. Oh! Oh! Nein, echt, jetzt? Ja, du hast total getroffen. Guck mal, wie ich springe, das muss jetzt bei dir ganz toll ausgesehen. Oh! Ich habe die eiskalte Arme, ich habe keine Granate mehr. Ich denke, wir sollten jetzt eine meine. Oh! Und die bückt sich in den Hohlen. Oh! 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 Oh Gott! Das ist Buschel für dich, Hilfe! Da bist du, da bist du! Da-da-da-da-da-da-daaaam! Da bist du! Ich vergewaltige dich. ein bisschen weg ist schade ich hab dich gekillt da der pappen doch noch scheiße auf dem boden nach der kranate ja ich war gucken wie weit die weg ist das kann doch nicht sein toll interessiert doch nicht aber anscheinend gut genug wieso kriegst du so schnell deine zwei zusammen außer weil ich so oft sterbe da 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 und das tut er hat dich ganz ehrlich machen weiter mit diesem da 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 und keine ahnung was und du wirst noch ein gewinnen weil ich das mich voll aus der fang kaut kukuk oa shit jetzt soll der soweit hochkommen hier auch nicht Nee so nicht Ich springe von dannen. Ja, mach mal. Morg mal. Scheiß! Boah! Alter! Cool. Oh nee. Oh nee. Hab ich ihn erwischt? Yeah! Yeah! Wie oft hab ich dich denn jetzt im Vergleich... Das muss keiner wissen. Wie oft hab ich dich? Bein mal. Jetzt rechnet noch Dings aus. Hier meine XP und so. Ah, also du mich siebenmal, ich dich dreizehnmal. Ja, ach guck mal. Ist doch gut. Sehr viel besser als vorher, ne? Mach mal. Mach ruhig. Jetzt sind wir beide warm gespielt. Mach ruhig.